hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen ja info video ist es nicht unbedingt das geht jetzt auch nicht lange hoffe ich und zwar geht es darum weiß ich auch jemand in den kommentaren gewünscht hat fifa ultimate team ihr seht hier gerade meine bundesliga mannschaft keine supermannschaft aber sie funktioniert soweit hier noch mal die bank könnt ihr euch auch mal durchgucken genau so das ist aktuell so mein team um was es jetzt nur kurz geht bitte schreibt mir jetzt in die kommentare entweder bin dabei oder ich will falls ihr bock auf eine partie gegen mich habt und dann werde ich durch den zufalls generator generator durch den zufalls generator so drei leute rausfiltern und gegen die drei werde ich dann jeweils eine partie spielen die werde ich auch aufnehmen die werde ich auch hochladen genau wenn er lust drauf habt dann schreibt mir jetzt einfach in die kommentare ich will oder bin dabei oder wie auch immer und dann kommt er zum zufalls generator mit rein so mehr ist es nicht und dann können dagegen mich zocken und dann kommt das hochgeladen mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen ich hoffe es machen genug leute mit und damit also jetzt reinschreiben ich sage danke fürs mitmachen euer domis fifa